Ihre Geduld ist am Ende. Mehr als ein Jahr nach dem Beschluss der EU-Kommission, der Apple zu einer Nachzahlung von Steuern in Höhe von 13 Milliarden Euro an Irland verdonnerte, haben die dortigen Finanzbehörden noch keinen Cent des US-Konzerns eingefordert. Gestern griff Wettbewerbskommissarin Margrethe Feestager durch und kündigte eine Klage gegen den Inselstaat wegen der Nichtumsetzung der Aufforderung ihrer Behörde an. Der Grund, Irland hat nach Auffassung der Wettbewerbsaufsicht in Brüssel dem Unternehmen mit dem angebissenen Apfel im Logo eine selektive steuerliche Behandlung GEWEHRT, in dem der Steuersatz von zunächst einem Prozent der in Europa erzielten Gewinne im Jahre 2003 auf zuletzt nur 0,005 Prozent 2014 gesenkt wurde, dass die Rückforderungen in bestimmten Fällen komplexer sein können als in A-N-D-E-R-I-N, sei zwar nachvollziehbar. Doch, so stellte Feestager gestern mit Verärgerung fest, Irland hat die unrechtmäßige Beihilfe nicht einmal teilweise Z-O-R-I-C-K-G-E-F-O-R-D-E-R-T.